Gucken wir mal. Gucken wir mal. Pole. 1,4 Millionen. Da brauchen wir halt noch Batterieboxen oder halt diese Teile da. Dann fängt der ganz basic an. Jetzt brauchen wir einen Schaltkreisfabrikator. Kompressor haben wir jetzt nicht gebaut oder? Ja, aber das ist voll easy zu machen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal die Bergbank. Ich glaube, wenn wir das so handeln, das sieht nicht ganz gut aus. Dann hat man halt da drinnen die 3x3x3 Startrampe. Sieht das überhaupt aus? Ja. 1,2,3. Puh. Das ist halt dann nicht zu mir. Puh. 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 Nehmen wir uns da einfach mal an. Unseren süßen Tesserakt. Wir haben hier auch Tesserakte. Kann ich ja nicht auf eine Kiste. Ach ja. Lel. Kiste. Oder ne, Truhe. Truhe hieß es ja immer. Das mit dem Tee ist halt echt nervig. Ich weiß auch nicht. Ach, leck mich doch. Tee. Und. Truhe. So. Einfach nur ne gemütliche Diamond Chest haben. Und dann noch. Naja. Natürlich. Item kann ich auch nicht schreiben. Item. Leitungen. Exactly boy. Heißt halt. Lässt sich das von dieser Seite füllen. Funktioniert. Okay. Dann ist das hier gut. Machen wir es einfach mal so. Okay. Umstellen kurz. Das ist das. Okay. 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 Das ist ja auch Kohleblöcke, gell? Ich frage mich, ob wir Kohleblöcke überhaupt haben. Ein paar. Jetzt habe ich die Werkbänke wieder weggelegt. Das brauchen wir aber hier. Warum ist das nicht? Das sind unterschiedliche, hä? Okay. Das ist eine Kohle. Ach nee, das ist ja viel zu aufwendig. Das machen wir. Haben wir die Fabrik, 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 Fabrik. So. Alter, das ist so geil, dass man so weit teleportieren kann. So. Genau so gefällt mir das. Das irgendein Grund leckt es voll, wenn ich das crafte. Aber. So. 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 Was ist denn mit dir los? Kollege. So geht es aber nicht. Cool. Ja, Kohleblöcke haben wir jetzt ein paar. Ach ja. Es hieß bei den. Oder Kohleblöcke. Anscheinend geht es doch nicht. Ich habe keine Ahnung wieso. Aber okay. Haben wir das halt für. Für gar nichts gemacht. Das müssen wir mal sowieso Kohle nehmen. Ha. Lol. Lol. Genau. Jetzt wird es rausgenommen. Sehr gut. Ein bisschen voll die. Box hier. Dann müssen wir mal gucken, wie das halt mit dem. Äh. Galaktik. Gibt es sicher Kabeln. Schweres Aluminiumkabel. Benutzung, um Energie zu transportieren. Hat eine höhere Transferrate als den Vorgänger. Okay. Gibt es noch andere Kabeln? Wahrscheinlich nicht. Nö. Okay. Ja dann. Dann machen wir einfach die schweren Aluminiumkabeln. Also wir haben es nämlich nicht so viele normale Kabeln. Aluminiumkabeln. Naja. Ein paar. Da. Boi. In Aluminium. Und Wolle hieß es auch. Ja. Das hier. Das hier. Das hier. Ich kann eh genug machen davon. So. Nämlich darum, dass wir mal einen Energiespeicher haben. Äh. Jetzt brauchen wir eine Battery Box. Eine Battery Box. Das ist lustig. So. Kabeln haben wir ja wirklich gut. Gut genug. Äh. Batterie Box. Mhm. Genau. Ich hoffe, dass es nicht so wie bei Industrial Craft World dann plötzlich was explodiert, wenn man es falsch transformiert hat. Ist hier auf der anderen Seite der Port? Nee, oder? Ach doch. Ah. Okay. Fuck. Ähm. Gut. Soviel dazu. Kompressor. Wir mahnen. Silizium. Redstone. Redstone. Fackel. So. Es geht voran. Wir mahnen. Nehmen wir sich mal einen Stack. Redstone. Fackeln haben wir nicht. Nee. Das machen. Stock. Äh. Und Silizium. Sollten wir ja. Ja. Genug. Jemand. Es hat sich gerade angehört, als würde hier irgendjemand was snacken. Voll strange. Das ist voll geil aus. Batterieslot platziert hier eine Batterie oder schließe eine Energiequelle an. Voll geil. Basis Wafer. Okay. Kompressor. Ein leichter Amboss. Gibt es einen Unterschied zu den anderen Sachen? Äh. Ne. Man kann den normalen Amboss auch nehmen. Okay. Ähm. Eisenblock. Yes. Lichtbogenofen. Cluster kann man natürlich auch bauen. Okay. Ja. Das ist ja alles easy zu machen. Ich brauche sowieso jetzt mal einen Kompressor damit man überhaupt die Platten machen kann. Heißt. Äh. Aluminium. Und Kopfer. Copper. 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 So. Heißt. Unser Amboss. Was? Ahja. Hä? Bin ich zu dumm? Achso. Das war Aluminium. Ah. Okay. Das crafting Rezept war schon richtig. Okay. So. Das ist wie für. Für. Jupp. Jupp. Perfekt. Atmen. Was? Wie war's? Hä? Wieso kann man din aqua? Was? Why? Okay. Aber braucht man für den jetzt plötzlich Kohle? wieso kann man dann nicht einfach betreiben und tätig läuft ja ganz verstanden so müssen es nämlich auch mal andere schaltkreise machen auch man nämlich normalen stein stone 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 hat man das labs gebraucht da waren das labs gebraucht oder halt auch nicht was soll ich machen energie cluster ok resten braucht man dazwischen oh mein gott so ok dass wir können jetzt eigentlich hier weiter machen läuft und jetzt kann man die platten nämlich endlich machen oder gepresstes eisen also noch mal genug hier weg ja dann müssen geräusche bislang strange ok paar platten haben wir schon energie sieht super aus also das läuft ja schon mal gut geh weg ok was können wir jetzt das erste mal wir können jetzt mal oh mein gott mit Zinn Zinn brauchen wir auch holy shit da kann ich mir auch gerne nochmal eine Diamantruhe holen oder auch eine Obsidian-Truhe eigentlich haben wir hier kein Problem mehr ne Himmels Himmelstein-Truhe ein bisschen was das sieht ja soweit mal ganz gut aus sieht ja soweit mal ganz gut aus das können wir mal lassen das heißt solche Kerne haben wir jetzt mal Platten haben wir schon 10 dann müssen wir auch mit Zinn das noch herstellen ich bin gerade am überlegen ob ich mir nicht einfach mehrere Kompressoren baue das wäre fast das wäre fast das wäre eigentlich ratsam können wir sogar ein bisschen automatisieren gleich oder wenn wir sagen die Kompressoren stellen wir nicht hier hin dann eine Kiste hin und dann lassen wir halt einfach alles irgendwie durchrauschen das heißt einfach mal das 10 machen und boom 10 am Böste da Kupfer 10 Aluminium 10 und Aluminium sehen einfach fast 1 zu 1 gleich aus warum sind die jetzt schon wieder ich dachte einfach eine Pizza gedroppt ja wir machen jetzt wirklich einfach mal so wir machen die Kompressoren hier hin oder kann man das nicht irgendwie gleich verknüpfen mit dem das wird passieren wenn ich hier einen Kompressor hin dann ach dann wir bekommen okay das ist gut haben wir aber nicht hier das machen wir nicht her nein tatsächlich möchte ich hier unsere fancy Plattform noch ein bisschen länger machen das ist Kackpilz ey das ist Kackpilz ey das ist Kackpilz ey wenn ich das jetzt nochmal testen weil ich möchte sehen was passiert wenn ich es hier jetzt rausziehe also ob es auch richtig rausgezogen wird vor allem das heißt insertieren wir wollen hier eine Kohle insertieren lassen das mal Aluminium machen nehmen eine Chest her aber auch insertieren und extrahieren scheint nicht das automatisch rauszuziehen das ist ein bisschen blöd naja dann halt eben nicht also rausziehen funktioniert leider nicht aber wir können zumindest hier so schon mal arbeiten wie das aussieht hier speisen wir überall Kohle ein ja und jetzt kann man ja nicht so gesehen also Zinn geht ja mal irrsinnig schnell und hier ist so dunkel echt mehr ausgeleuchtet echt mehr ausgeleuchtet ist damals schon ein bisschen was jetzt klatsche ich jetzt mal da oben hin ach so alles ein bisschen Algen hier aber okay gut kann man ja letztendlich mal ein paar Rohstoffe reinballern spawnt hier und verweckt alles klar du 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 geh weg hier so das heißt Eisen brauchen wir sowieso viel von den von den Platten machen wir einfach noch einen Haufen Eisenplatten und natürlich Zinn 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 ja ja das ist so Die unteren drei verwenden wir jetzt einfach mal für so genau wir die anscheinend irgendwie ist alles reingeballert ich habe keinen plan wieso brauche fack wieso wird das hier reingeballert okay das heißt wir müssen hier schneller agieren ok ein bisschen mehr kohle okay das heißt es funktioniert noch nicht so gut dass man jetzt einfach so schön ja leider aber ja auch das musst du nicht ja